Überall gibt es große Städte, in denen sehr viele Leute Mobilität haben möchten. Mein Name ist Dr. Bert Samzow. Ich bin verantwortlich für das Transportsystem Bögel hier bei der Firma Max Bögel. Wir als Firma Max Bögel kommen ja aus dem Bereich der Infrastruktur. Insofern war es wichtig für ein neues Nahverkehrssystem, was wir entwickeln, eine sehr effiziente Infrastruktur realisieren zu können. Das Transportsystem Bögel basiert im Wesentlichen auf Standard-Straßenbahntechnik. Wir sind etwas schneller als die normale Straßenbahn. Wir erreichen bis zu 150 km h Betriebsgeschwindigkeit. Das Fahrzeug fährt berührungslos und ist deswegen sehr leise und verschleißarm. Wir rechnen mit etwa 20 Prozent geringeren Betriebskosten als für herkömmliche Systeme. Unser Fahrzeug gliedert sich in einzelne Sektionen, jedes ungefähr 12 Meter lang und bietet Platz für 127 Personen. Das heißt, mit einem zwei Sektionen Fahrzeug sind es rund 250 Personen, mit dem großen sechs Sektionen Fahrzeug ungefähr 750 Personen. Das bisherige Highlight beim Transportsystem Bögel ist sicherlich die erste Unterzeichnung eines Partnerschaftsvertrages mit der chinesischen Firma Shenzhou. Obwohl wir international tätig sind, jetzt in den speziellen Fragen des chinesischen Lizenzrechtes nicht so fit wie eine Anwaltskanzlei, die darauf spezialisiert ist. Und um hier die Details des Vertrages optimal zu gestalten, haben wir dann auf Graf von Westfalen zurückgegriffen. Musik Untertitelung des ZDF, 2020